Hallo zusammen, ich heisse Rino Ramay. Ich mache die Ausbildung zum Sanitärinstallateur bei der Firma Wirtgebäude Technik AG St. Gallen St. Fiede. Meine Ausbildung dauert vier Jahre. Jetzt gehen wir weiter und Sie werden sehen, was ich im Alltag so mache. Was ein Sanitärinstallateur mitbringen sollte, ist Teamfähigkeit, handwerklich begabt und sehr gut in Mathematik. Wir haben ein sehr familiäres Team, darum haben wir auch immer sehr lustig beim Schaffen. Langweilig wird nie, weil wir immer was zu tun haben. Als Sanitärinstallateur ist ich sehr abwechslungsreich, weil man von Fertigmontage über Einleggen bis hin zur Montage schaffen muss. Haben dir meine Tätigkeiten gefallen, dann bewirb dich jetzt als Sanitärinstallateur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.